Sie sagen, okay, ich kriege jetzt neue, wir müssen für heute 2, 3, 4 gewinnen. Und einfach da über extra Zeit ein Spiel, da der Tag zieht sich das alles wieder durch, für den Trockenstaat, da haben wir dann auch, ja, wir schaffen es eben ein, und wir verletzten es sehr aktiv, wenn wir in der Umlauf, das trägt, was da zukommt. Und jetzt sehen wir mal, es ist ein gut so, was ja entweder mit dem Traum, also, da geht man auch mit allen Trätern, die jetzt in der Karriere, die sich hier auftun können, wir haben ja Wattenspiele gespielt, da geht es um den Charles zu bekränken, den in den Bühne hat er nicht verleihen, der das spielt jetzt ganz einfach nicht mehr, das ist der Einzelne, das ist der Punkt. Und, äh, also eins von der Wettbestände kommt extra, die Mannschaft. Die Mannschaft war, nachdem wir jetzt gerade so, hier sind die Auffassung der Türkaner und sich, Pascal Krauss, Mitglieder von der Türkaner und sich hier zu spielen, äh, wir müssen, dass das spielen kann, und wir müssen eigentlich nur zeigen, der Däktor, dass wir, das ist einfach, dass die Mannschaft es einfach alleine nicht schaffen. Die Mannschaft, wir können es alleine nicht schaffen. Und im Übrigen hat es nach fünf Minuten für keine Stücke geschaffen. Der Töne passt dann, da muss der Reiß sein und der Abend steht dann wieder und ziehen wir mal hin hoch. Warte mal, ich will nicht. Denn alle Spieler sind 27. Die brauchen Hilfe. Die brauchen Hilfe. Und das ist heute so. Das hat man schon wieder überlegt. Ja, ich bin noch dran. Lass mich doch. 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 Ich hab gesagt sehr stark, wenn man nicht gesehen ist. Ja. 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 Dann. Ja. Ja. 20-jährige Mann, nicht angenehm, wenn er 25-Jährige kommt und sich erst recht fast gefühlt. Das muss man schon mal sagen, haltet mal zurück, denn wir alle nur Menschen, das ist ja nicht falsch. Aber wir, das ist überhaupt keine Zuschauerstelle, weil wir versuchen wirklich den Zuschauerschlüberschuss zu machen. Wir haben jetzt drei Jahre gefallet bei der Fans-Mitgemeinschaft, wir versuchen jetzt mitzutreten, wir brauchen unsere Pläne, die es abhält, die es abhält. Wir haben jetzt ein paar Jahre gefallet, aber wir haben jetzt ein paar Jahre gefallet, dass wir den Team früher noch nicht sehen müssen, man hat schon noch eine halbe Stunde gemerkt, dass er nicht im Stil ist. Ja, wir haben natürlich gedacht, das ist in jedem Fall eine Halbzeit überlegt, um gleich zwei Wechsel zu machen, aber das ist natürlich dann immer, es ist auch immer gut, wenn sich er wohnt, wenn man in die Kabine reinkommt. Ich sage auch ganz ehrlich, wenn man vom Partner kommt, man immer schafft, wenn man in die Kabine reinkommt. Ich habe jetzt vor der Halbzeit gezwungen, weil er will nicht auch. Dann sehen wir die Bühne dort. Leitere Motive für die Lechse, den wir sind gefallen, ist schwer zu sagen. Die Lechse, die Lechse, die Lechse, die Lechse. Die Lechse, die Lechse. Aber warum? Dieser Monat, ich möchte jetzt noch zwei Monate sagen, Sie waren keinen Ständigen auf dem Hauptgebäude für die Lechse. Hat er doch? Der hat vielleicht abgewöhnt oder so, aber sicher wird jeden Fall nicht gewusst, dass er nicht gewöhnt hat. Ich sage gleich, wir haben jetzt seit 78 Minuten in den ganzen Lebensmitteln gemacht. Dann hätte er nicht abgewöhnt oder so. Ich bin zu abgewöhnen, in der Hand hat er nicht klar. Aber wenn er nicht so spielt, wenn er in der Spieleleitung der Rätschule nicht interessiert wird, dann hätte er vielleicht so schön gemacht. Dann hätte er nicht gewöhnt. Vielen Dank.